Ihr wollt wissen, ob wir heute endlich die Verkabelung zu Ende bringen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Ähm. Also als erstes habe ich vor, mich zu wundern. Laut meiner lustigen Liste habe ich noch fünf Sachen offen. Ich habe hier aber noch sechs Anschlüsse. Was nicht so schlimm wäre, weil eine Sache, ne, die Quarzkristalle hatte ich gesagt, ach komm, die lasse ich einfach am Dauerstrom. Ähm, dann habe ich meine Probleme mit der ungeraden Zahl, ähm, oder mit der nicht passenden Anzahl gehoben. Aber irgendwie, da muss ja irgendwo ein Fehler sein. Weil wenn ich das in meiner Liste ändere und sage, ey du Excel, hier pack mal da noch einen rein, dann sagt ihr mir, du hast 23 auf der Seite. Das passt aber nicht, hier sind nur 22 Schalter. Wo habe ich einen vergessen? Ich meine, ich habe Gott sei Dank alles an. Wir packen jetzt alles dran, was ich mir gedacht habe. Das ist quasi der Plan, weil wie gesagt, wir haben nur noch fünf Sachen. Dann können wir auch, äh, äh, den Rest irgendwie dran kriegen. So, ich habe als erstes die Putonium-Fuel-Rod. Putonium-Fuel-Rod auf meiner Liste stehen. Ich gehe auch vorsichtshalber strukturiert vor, weil alles andere macht halt keinen Sinn. Die müssten ganz unten sein. Super, wenn du schon mehrere Etagen bedienen musst hier mit deinem Strom. So, die dürften nämlich hier sein. Richtig. Jetzt sind die doch, ne? Wie viele haben wir davon? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Elf sein. Zwölf. Schauen wir mal. Also ist auf jeden Fall das letzte in meiner, äh, in der Reihe. Und das passt auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen, die der übertaktet anstatt untertaktet. Das ist heute die Frage. Was ist denn, mache ich sowas ja immer am Ende der Reihe? Die habe ich relativ frühzeitig, die habe ich untertaktet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Warte mal. Das habe ich nicht wirklich gemacht, oder? Okay, das sind die Plutonium-Fuel-Rods. Was ich hier habe, sind die In-Case-Plutonium-Cells. Okay. Naja. Das heißt, ich muss die nur anders benennen. Dann muss ich da drüben noch was umschreiben. Damit komme ich klar. Das ist noch easy. Wir setzen jetzt erstmal hier Strom hin. Kumpsen hier dabei runter. Das ist immer eine gute Idee. Wir setzen den da hin. Ändern die Musik. So. Ich weiß, die Musik von Satisfactory ist echt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe mich satt dran gehört. Und deswegen habe ich jetzt gerade wirklich lieber diese hier von Hunt Showdown. Und von sieben. Die ist noch nicht angeschlossen. Das heißt, ich setze mal hier hin. Die ist direkt da dran. Die ist da dran. Da dran. Ähm. Dann. Soll ich ein... Ja? Ja. Bis wohin müssen wir damit? Irgendwo hier hin, ne? Das ist, glaube ich... Ja. Das ist die Reihe. Dann ziehen wir das aber... Oh. Ziehen wir das 2 rein? Ziehen wir das 3 rein? Das heißt, wir haben das hier dran gemacht. Macht nichts. Ziehen wir da hin. So. Einmal hier durch. Dann kommen wir bis zu... Bis zu neben dich. So. Ihr habt noch keine Ahnung, wo das da hin muss. Ähm. Mindestens hier. Sollte auch passen. Ja. Noch mehr? Ja. Okay. Das heißt... Das sind nicht die Fue-Words. Das sind die Fue-Cells. Ich war auch auf der falschen Seite eingeordnet. Oder mich einfach mit den... Teilen... Ähm. Den Teilen vertan. Ich könnte auch die auswählen. Ich hoffe, der Sound ist gleich nicht wieder grässlich bis zum Geht-Nicht-Meer. Weil irgendwie will mich heute Morgen mein Rechner ärgern. Dann schauen wir mal, dass wir was dran kriegen. Das sind dann die... Äh. Und man sollte ein Plutonium-Zell sein. Und man sollte... Plutonium-Zellen. Blutonium-Brennstäbe... Blutonium-Brennstäbe... Okay. Wir reden da nicht weiter drüber. Einverstanden? So. Jetzt sind noch fünf geworden. Wie gesagt, keiner... Was ist noch nicht ganz? Bist du... Was haben wir als nächstes hier auf der Liste? Äh. Pressure Conversion Queue. Also... Die waren auch hier unten. Und zwar quasi... Echischerweise entblickt hier vorne, glaube ich. Hm. Ist wieder der... Punkt, wo ich hier nicht hinkomme? Müssen die letzten beiden sein, oder? Ja. Verschmolzener modulare Rahmen. Stimmt das? Nein. Der Pressure Conversion Queue wird in einem... Was ist denn denn? Wer braucht die Dinger? Muss ja dann hier oben sein. Was machst du? Machst aber Minimum-Gehäuse. Muss irgendwas Rotes sein? Sie müssen davon sechs Stück da stehen? Ich hab's noch ne Ahnung. Dokumentenwandlungsblock. So heißen die Kollegen. Eines... Zwo... Drei... Vier... 5 6 So, das haben wir Jetzt gehen wir mit dir 30 lustig hier rüber Und überlegen uns, wo wir nicht hinpacken können Da hin Wahrscheinlich jetzt mitten durchs Rohr 1, 2, 3, 4 Oh, das habe ich befürchtet Aber egal, das kriegen wir trotzdem hin Da geht's Also gerade am Rohr vorbei, perfekt Damit kann ich arbeiten So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken Nein Du bist dort Müssen wir gucken, was wir da noch hinpacken Einen haben wir hier noch Dann passt was 2 von 4, nein Ja Du bist Dort Ist da dran Hier dran So Das dürfte auch heute Die letzte Folge sein In der ich diese ganze Verkabelungskacke hier mache Mich am Ende wundere, warum ich einen überhaupt Ähm So Das bist Na komm Das bist du, ne Ja Mach dich schon mal an Du bist der Druckumwandlungskacke hier Das kann ich mir merken Druckumwandlungs Blöck Ein Blöck Natürlich So Haben wir das auch Druckumwandlungs Druckumwandlungs Blöck Muss hinter Nicht Esk Okay Weiter geht's Bevor ich nachher irgendwas Rumsuche Wie blöd Gehe ich echt hin Und Schließe da Den Den Quarz Mit an So Was haben wir als nächstes auf der Liste Da ist mein Fehler Oder? Ne Turbodraht hab ich doch hier Hab ich Turbodraht Hier hab ich Turbodraht Ne Ist doch nicht mein Fehler Tja Wem hab ich auf der Ich hab Keine Ahnung Ihr weiß echt nicht mehr Was hier los ist Wunderbar Aber Hier können wir jetzt Einen Von diesem benutzen Die Höhe Haben wir ja schon mal Das heißt Den Ach komm Den setzen wir auch schön In die Mitte Der biegt sich gerade So ein bisschen an Warum willst du mir Die Leitung Verbrechen So Das wird Die Mitte hier Das wird Unser Turbodraht Ist nur die Frage Wie ich den am sinnvollsten mache Natürlich Also als erstes Gieß du natürlich Hier rein Und zwar Würde ich ganz stumpf Hier hinten So Hier soll mal folgendes Wir packen uns Hier einen hin Dann muss ich hier Mit der Höhe Warte Hier Hier oder Hier So Du gehst Ich weiß noch nicht Ob du da dran gehst Eins Zwei Drei Vier Sechs So Und jetzt sind hier Zwischen Nochmal vier Das ist wichtig Sehe Das könnte ich aber von da aus gar nicht machen Das heißt Also ich bräuchte die ganz großen Ich müsste ich aber wieder zurückfliegen Um den ganzen Shit holen Das heißt wir setzen uns jetzt Hier ist Hier ist angeschlossen Den Also hier hin Da kommt Du kommst jetzt definitiv da dran Und du gehst Dort dran Dann kommt von da aus Eins Zwei Zwei Vier Jetzt müsstest du hier auch voll sein Ja Du bist voll Du hast aber noch Einen in die andere Richtung frei Und einen hierüber frei Dann ist das nämlich auch okay Dann nehmen wir uns Jetzt bleiben noch sechs Über Das ist ja perfekt So wollte ich das haben Eins So Okay ich habe sie doch ein bisschen reingepackt Aber egal Ähm Zwei Dann Und dort Da Hier Und Dort So Die haben wir auch Ich weiß immer noch nicht wo mein Fehler ist Da hoch Da hoch Da hoch Du bist jetzt Ups Dann Was ist das hier Turbo 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 Sag mal Das Wort Turbo Ist aber auch echt schwer Mann 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 Okay Haben wir auch Radio Control Units Manufaktion Ja sind wir Nicht in der Etage So eine drunter Dann fehlen noch die Statoren Die sind da Das sind zwei Sachen Die ich da brauche Das sind nicht nur Statoren Weil die Statoren gehen wieder da rüber Da könnte das sein Was mir fehlt Die macht doch hier Elektromagnetische Brennstabe Staben Genau Warum habe ich die abgehakt Das ist nämlich das Was mir fehlt Und das passt wieder Dafür können wir hier hingehen Das haben wir Das haben wir Und das haben wir Dann können wir Wir fahren Und können Da eine Eins, zwei Machen Da eine Eins, drei Machen Da müssen drei Überbleiben Passt Dann machen wir auch die hier zuerst Die kommen auch auf der Seite dran Muss man gleich gucken Wer mache ich eben die beiden hier Macht ja am meisten Sinn Mast in die Mitte. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Und kommen. Hierher. Dann. Hierher. Jetzt machen wir die noch. Das sind sechs. Okay. Holy crap. Was ich hier wieder für ein Ding gebastelt habe. Manchmal wundert es mich ja schon, was ich hier so zusammengezimmert habe. G3 haben wir. G3 haben wir. G3 haben wir. Wie kommt der hier? Du kommst. Hier hin. Und gehst. Fast daneben. Mache ich das jetzt einfach so, dass ich die beiden hier in diese Lücke stelle? Ja, mache ich. Das ist zwar eigentlich ein bisschen blöd. Gut. So. Du gehst quasi auf den, der weiter vorne ist. Mache ich mal, das ist doch easy. Haben wir da einen, haben wir da einen, ist das Thema abgeschlossen. Du gehst auf den, du gehst auf den. Wir haben, muss ich wieder gucken mal. Da sind Statoren. Und dort sind die elektromagnetischen Steuerstähle. Statoren. Elektromagnetische Steuerstähle. Du musst bloß nicht mehr kacken hier. Komm her. Statoren. Elektromagnetische Steuerstähle. Dann. Statoren. Fast auf. Elektromagnetische Steuerstähle. Ja. Passt sehr gut. So, jetzt müsste einer noch überbleiben. Nämlich der da. Und für den habe ich die Radio Control Units. Und das sind die. Funksteuereinheiten. Die können wir auch anmachen. Da ist noch nichts dran. Das weiß ich. Aber nehmen wir jetzt mit. Weil das ist das letzte, was wir machen müssen. Ich habe doch gesagt, Quarz bleibt. So. Die müssten nicht hier in der Ebene sein, sondern eine da drunter. Das heißt aber auch, wir können hier schon mal zumachen. Da haben wir noch einen hängen. Da ist sie. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten die hier irgendwo bei sein. Weil es sind Manufacturer. Signalisatoren, Signalisatoren, Signalisatoren. Das sind die Pulli. Da vorne sind die Quarz-Ostilatoren. Okay. Quarz-Ostilatoren. Dann müssten das die hier sein, richtig? Funksteuereinheiten. Davon haben wir sechs. Auch das ist eine gute Zahl. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechste. Sechste. Das gehört gut. Oder habe ich einem davon gesagt, du bist schneller. Deswegen habe ich nur fünf. Ich habe sogar einen runtergetackt. Hier steht auch in der Liste fünf. Ich muss in der richtigen Zeile gucken. Verdammt, Mensch. So. Eins. Zwei. Drei. Drei. Dann kommst du mit. So, mal gucken. Wir haben dich auf ich schieße dich jetzt hier also mal das ist mittendrauf. Das heißt, wir müssen ich das richtig sehe muss ich genau nein gehen weiter nach dem da hinsetzen. Dann komme ich nämlich da durch die Lücke hier dran vorbei bis hier hin Leitung zu lassen. Natürlich. Genau ist relativ, aber ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Oh. Okay. Das ist so wunderschön. Dafür könnt ihr doch mal ein Like da lassen. Wenn ihr schon da unten seid und das noch nicht getan habt, macht mal ein Abo. So, das heißt, ich kann jetzt den hier hinsetzen und dann habe ich wo war jetzt diese eine Lücke? Ja, dort. Da kommst du hin. Bis dahin. und du gehst da hoch. Das müsst ihr nur hier wieder finden. Der eine, der keinen Anschluss hat. Das bist du. Du bist da dran. Jetzt müsste hier auch Strom sein, ne? Hört sich gut aus. Damit ich muss eben meine Excel-Liste bearbeiten. Alles gut. Du bekommst eine 1. Du bekommst eine 1 und du bekommst eine 1. Und damit haben wir wenigstens die Kabellage alles angeschlossen. Weil jetzt noch fehlt das Wasser. Boah, die Zeit passt doch so super. Perfekt. Also, uns fehlt Wasser. uns fehlt das Eisenzeug. Ich weiß noch nicht, wo es hin muss. Ihr müsst da noch gucken. Also, Kabel und Draht. Da weiß ich gerade nicht, wo sie hin müssen. Die habe ich aus irgendeinem Grund noch nicht angeschlossen. aber das werden wir dann quasi herausfinden, wenn hier soweit alles läuft und irgendwo eine Ressource fehlt. Das einzige Problem, was ich habe, ich kann noch keinen Iran mit reinnehmen. Das heißt, ich muss da nochmal reinkommen. Oder ich gucke in meinen wunderbaren Wunderbaren Plan. Der sagt mir auch, dass sie nicht. Ja. Dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ich mache jetzt noch die kleinen Löcher zu. Einmal unten. Können wir mal noch zusammen. Dazu. Dazu. Wenn ich nach oben fliege, sage ich, das war für heute. Wenn euch gefallen hat, dann lasst mal Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Und da freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss. Das war für heute. Jedenfalls. Untertitelung des ZDF, 2020